Sie sind Unternehmer oder lokaler Einzelhändler mit einem spannenden Produkt? Millionen von Kunden sind online auf der Suche nach den Produkten und Dienstleistungen, die Sie anbieten. Wir alle wissen, dass Websites und Online-Shops wirklich wichtig für die Online-Präsenz Ihres Geschäftes sind und dass Sie beides für Ihr Unternehmen haben sollten. Sie können Ihr Geschäft klar und prägnant erklären und Ihre Produkte präsentieren, sowie zum Verkauf anbieten. Wenn Sie Ihr Geschäft wachsen lassen wollen, müssen Sie also dort sein, wo Ihre Kunden sind. Im Internet. Aber der Aufbau von Website, Online-Shop und dann noch von einem Logistikkonzept kann eine herausfordernde Aufgabe sein und Sie am Ende wertvolle Zeit und eine Menge Geld kosten. Für die besten Ergebnisse müssen Sie daher mit jemandem zusammenarbeiten, der Ihr Projekt und Ihre Visionen wirklich versteht. Was Sie brauchen, ist eine vollumfassende Lösung für Ihr Geschäft aus einer Hand von nur einem Dienstleister. Kein Problem! Wenn Sie nach Qualität und Erschwinglichkeit suchen, gibt Miller & Becker Ihrem Unternehmen mit Ihrer persönlichen Website und Ihrem persönlichen Online-Shop einen unverwechselbaren Look. Was ist, wenn wir Ihnen sagen, dass Sie dafür nichts tun müssen, außer eine minimale Hemmschwelle zu überwinden, um eine schlüsselfertige Website mit integriertem Online-Shop zu erhalten? Miller & Becker ist da, um Ihnen dabei zu helfen, dass Ihre Webseite und Ihr Online-Shop in ausgezeichneter Qualität entwickelt werden. Miller & Becker unterstützt lokale Einzelhändler dabei, die undurchsichtige Blackbox des E-Commerce erfolgreich zu durchblicken, auf Basis von Vertrauen und Transparenz. Nutzen Sie das Anfrageformular oder rufen Sie uns an. Wir sind gerne für Sie da. Eine Initiative der Miller & Becker GmbH und Co. KG.